Expediters ist ein globales Logistikunternehmen mit 322 Standorten mit über 17.000 Mitarbeitern. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir kaufmännliche sowie gewerfliche Mitarbeiter. Es ist sehr spannend jeden Tag, wir haben immer viele neue Aufgaben, sehr herausfordernd. Expediters ist ein amerikanischer Logistikkonzern. All of the correspondence with our destination offices will be in English. Viel Spontanität ist wichtig. Weil es eine schöne Herausforderung mit den entsprechenden Aufstiegsmöglichkeiten ist. Dass die Leute sich sehr, sehr gut verstehen und wirklich auch durch alle Abteilungen hinweg gut harmonieren. Jeden Tag wirklich was Neues. Einfach eine gute Grundeinstellung, eine gute Motivation. Versuchen möglichst viel weiterzubilden. Viel administrativ zu tun, man ist aber auch häufig bei den Kollegen im Lager. Altbewährten Traditionen mit Innovationen der Neuzeit zu verbinden. Per Schiff, per Straße oder eben auch in der Luft. Im internationalen Kontext ein sehr spannender Arbeitgeber. Ich würde sagen, das ist die größte Erfahrung. Wir suchen Menschen, die eine langfristige Karriere wollen. Also bitte kommen und uns. Ihr werdet es nicht. Wir suchen Menschen, die eine langfristige Karriere wollen. Wir suchen Menschen, die einen langfristigen Karriere wollen. Also bitte kommen und uns. Wir suchen Menschen, die eine langfristige Karriere wollen. Ich danke dir. Vielen Dank.